Hey Leute, ja, ist jetzt gerade ein bisschen kacke, ne? Ich wurde nämlich nominiert, diese Challenge, die da gerade so rund läuft. Und eine Bedingung davon ist ja, dass innerhalb der nächsten 24 Stunden Leute, die ich nominiere, auch nochmal ein Video machen. Ansonsten spenden die 100 Euro an einen guten Zweck, den können sie sich selbst aussuchen. Und ich nominiere erstmal den Wookie, das wird geil. Und außerdem nominiere ich den Heinz Dampf, das wird kein Problem, ich glaube der Du steht morgen so. So, und dann sage ich an den Dumi, vielen Dank für die Biernominierung und sage ich mal Prost. Wow! Fuck, Dumi, wir sehen uns auf der Messe und da kriege ich dich und da kriegst du alles zurück, Alter. Ah, schau ich mir. Oh! 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 Vielen Dank.